Willkommen zu einer neuen Folge beziehungsweise unserem Projekt und zwar Rust. Wir sind da am Start auf meinem Kanal hier mit Basti und Tim. Was geht denn? Ja, Serverstart von Rust ist am Stissel und der hat ein Speer für mich. Das ist ja mit. Ich hab drei Sachen bekommen. Das ist perfekt. Danke. Ach, der war bewusstlos. Zack, direkt mal hier. So, so, zack. So, Serverstart wie gesagt, am Start. Ja, wo seid ihr? Ich will so auf M3 geh ich jetzt hin. Wer macht das Team? Wer macht Team? Wer macht Team? Ich. Aber wir müssen uns erst mal sehen. Also ich bin bei F2. Ja, dann kommen so auf L2 so ein Ende. F2 ist Benni? Ja. Dann bist du hinter mir. Da wo ich gespawnt bin, bist du jetzt so. Dann könnt ihr euch hier schon mal gegenseitig einladen. L was? L was? L wat? Ich bin G3. L2 oder was? Kann man wohl. Wo denn? Ich bin G3. Wo wollen wir denn hin? Da weiß ich es nicht, aber wir können uns erst mal treffen. L3 meine ich jetzt. Ja, der hat L3. Oh, ja, ich muss ja hinpingen, deswegen, Alter. Nein, das will ich nicht. Ja, doch. Ist so ein bisschen versteckt in den Wald, oder? Ja, aber, ja, wollen wir nicht in der Nähe, so ein bisschen. Also falls, äh... Von Hafen, hab ich gedacht. Ja, falls der Hafen ein bisschen waldig ist, dann auf jeden Fall da bauen. Äh, ich glaube... Ja, ich weiß, die Qualität ist, der Aufnahme ist jetzt nicht so geil, also hier vom Spiel. Aber immerhin funktioniert's. Ne? Ah, das ist so lang schon ein bisschen nicht. Ich bin hier, ich kann leider nicht auf geile Ressourcen zu basen. Bei mir ist ein Baum abgefallen. Ja, ich hab grad einen abgebaut. Ach, du bist bei mir? Ja, musst ja, weil du bist hinter mir spawned. Geilo. Wo bist du gerade? Was ist das denn? Schwefelärzte, oder? Ich bin unten. Bist du an nem Wasser, oder nicht? Kann ich hingehen? Da, ich sehlich, ich sehlich. Bist du das? Ja, man hat uns benötet. Jesus, Alter, Mann. Digga, man darf sich den macht ja einfach verarschen. Alter, hier steht direkt, du fährst. Lass mich davon. Warte, mich kann die Steine geben. Hier, äh, hier und hier, dann bau dir erstmal schon mal Pickaxe und so. Ich sterbe jetzt nicht. Ich hab grad 3.000 Steine. Ist das so viele Steine, Digga? Das hab ich auch schon mal gefunden. Dann lass ich noch mehr Steine. Wenn das so weitergeht, können wir uns direkt mit Steine-Bels bauen. Ist gut. Aber wir bauen halt auch ne etwas größere Fläche für die, welche wir bauen. Wir können das am besten auch gleich bei HL2 irgendwo niederlassen, oder so. Ja, aber da müssen wir sehr, sehr weit latschen für Dinge, ne? Da ist doch vieles in der Nähe. Aus dem Posten. Du hast doch Holz, Bossi. Wieso tust du denn nicht Holzbekleid? Wie Holzbekleid? Diese Baumstämme auf dem Boden ist Holz. Kannst du einfach auch sammeln. Ja. Ja, ich hab grad auf die Karte geguckt. Ähm. Ja, das ist doch aus dem Posten in der Nähe. Kugel, Tank, Schraub, pass das Flug. Da ist einer, Bossi. Da ist einer. Wo? Da ist's. Dreck geholt. Da bin ich, die ich sehen grad noch nicht. Der ist, glaub ich, Berg hochgelaufen. Auf P3 ist es aber ein bisschen waltiger. Aber ich weiß nicht, ob es dann wieder geht. Warte mal, Basti. Ich muss mal eben kurz ein bisschen ausrüsten. So. Wo hast du denn, hä? Wo hast du denn was zum Dings bekommen? Ich hätte Stoff gehabt. Beim Typen. Den ich gelootert hab. Am Strand. Eigentlich müssen wir da lang. Wollen wir auch den Typen scheißen? Naja, komm. Leute, Serverstart von Rust, Alter. Puh. Wir sind sowas von gehyped. Ge-wiped-hyped. Full-wipe. Full-gewiped. Die Folgen werden 30 Minuten lang. Oha, wenn ich das so sehe. Nach vier Minuten statt 1,5 Gigawalt groß. Das ist happig. Das ist ne Menge. Egal. 20 Minuten werden die dann ungefähr. Das ist dann schon ein bisschen viel, ne? In der Tat. Oh, hier könnten Kartoffeln sein, was sie... Oh, haut mal die Augen auf. Hier ist Stein. Bei mir. Sondern das haben wir halt nicht so... Wir brauchen halt Essen normal. Bei mir ist Stein. Bist du? Ich bin schon hochgelaufen. Ich bin auch schon rum. Ah, ich seh dich. Du bist wieder runtergelaufen. Richtig. Ist doch was oben, unten. Was seid ihr denn gerade? Hier, hier, hier. Ich guck mal, ob ich hier was finde an Essen. Pilze? Wie viel Essen hast du? 67. Hier trampelt irgendwas. Ich hab mir 37. Hier trampelt irgendwas. Was? Ein Tiefleucht. Ja. Oder ein Gegner. Ne, das ist ein Bär. Oh, da könnten Kisten sein. Wo? Ja, stimmt. Da kommt jetzt. Ähm. Ah, Küste. Ich fange auf... O2. Blinklicht. Was machst du denn auf O2? Ja, wo wollt ihr denn hinbauen? L2. Äh, L7. Quatsch. Erstmal uns finden, bitte. Ja, danke. Von L7? Ja, warum nicht? Hierbei... Das ist alles in der Nähe. Und wir irgendwie... Irgendwie ist ja auch nicht so schlau so ganz in der Nähe von den Cotspots zu bauen. Weil sonst werden wir halt direkt platt gemacht, ja. Aber bei... Hier ist gar nix? Oh, echt frech. L7, komm, oder was? L7, am besten, ja. Hier ist nix gewesen, Pastor. Nö. Ich hab noch ne grüne Schüsselkarte. Oh, das ist gut. Ja, die ist wichtig. Hast du grad eben den Schädel weggeschmissen? Ja, ach. Schmeiß ich ihn mal weg. Wozu braucht man den? Kannst zerkleinern, Knochenfragmente. Komm schon. Ja, dann mach. Hab ich ja gemacht. Holt's hin. Schau lieber. Oh nein. Er? Oh, geschein. Nee, aber die Schlein ist genauso eklig. Ich hab gerade... 5000 Steinen. Oh, jetzt. Ich habe... 3800. Was? Geh mal eben kurz trinken, falls das Süßwasser ist. Und? Jawoll, Süßwasser. Haben wir auch in der Nähe eine Wasserquelle. Oder muss halt ich gerade auf M6, oder? Ja. Haben wir tatsächlich dann. Also wir haben ja eigentlich alles in der Nähe. Muss ich sagen. Hier ist noch mehr Stein. Stein, Stein, Stein. Ich wollte halt langsam essen, wie gesagt. Nur noch 22. Ich hab nur noch einfühlt. Ich hab's gedroppt. Hab's gedroppt. Aber das könnte wieder hier eine Ebene sein, wo hier Zeug ist. Ja, pass auf. Pass auf, Bassi. Das ist ein Hund. Oh Gott, der Fokus. Echt? Lauf, 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 Lauf. Das ist der Bass? Als ob der Bass ist. Einer rennt mir mit dem Speer hinterher. Das hat dann Bassi passiert. Direkt Raiden. Oh, da ist einer. Der ist rausgegangen, der ist rausgegangen. Der ist dahinter. Hallo? Ach komm, Alter. Habt ihr gekillt? Ja. Frag nicht so dumm. Ich bin tot. Also verwundert. Na, ich ran weg, der hat einen Bogen. So, you piece of shit. Really piece of shit. Holy shit. Wow. Bist du tot, äh, Tim? Ja, mit so. 7000 Steinen. Wo bist du gestorben? Bei... M6. Das ist jetzt schon wieder richtig beschissen, Alter. Okay, umziehen. Ich kann hier nichts anpingen. Wieso kann ich hier nichts anpingen? Genau da, wo ich hin wollte, haben schon welche gebaut, Alter. Die haben genau die gleiche Idee wie ich. Das ist nicht gut. So, der wird erstmal angepingt. Da wird die Rache noch folgen. Gut, alles auf Anfang. Ich hab jetzt mal... N8 gepinkt. N8... Kann man hier noch bauen? Was? Ich hab kein Holz. Ich muss Holz abbauen. Ich glaub ich kein Holz mehr. Bogen gehen ist... Scheiße, die hat schon Pfeil und Bogen ab, Alter. Tja. Das sind richtige Triards. Ich hab halt nix. Und jetzt ging es ein Bogen... Alter, hast du aber eigentlich nicht hier? Ich hab noch 20 Minuten oder so. Oh, jetzt bin ich in der Nähe. Das hat das Geräusch gespawnt. N8... 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 Tja... Ich mag das eigentlich nicht so... Ich will jetzt erst schön eben haben, aber jetzt nicht so schön eben. doch die mann durchdrucken oder und der tschuldig mit dem oben rum sie schon gleich die ersten leute mit der kam über die web flitzen stimmt da sehen wir uns alle drei einfach auf einmal alles verloren das ist auch gestorben konnte man so ein schrott den nächsten bogen ist auch nicht schwer zu kraft müssen wir auch schnell machen ich baue erstmal ein haus damit wir wenigstens unterschlupfen hausbau bin ich schon mal in der standard hausbau form bei hat er wohl keine pfeudel mehr oder warum schießt er nicht mehr auf mich adios hausbau da fängt man wieder das das Problem an wahrscheinlich wurde hier schon alles weggelotet das jetzt wir uns noch besser vorbereiten können ja ja woher sollen wir das wissen ja 300 holz die fabrik und 200 ich bin echt umsonst hier hingegangen auf die h hier hier Ich kann den eigenen Pfeil aus meinem Körper rausziehen. Du bist ja ein ganz starker. Du hast doch schon mal einen Pfeil. Das war jetzt eigentlich kein Witz, aber jo. Ich find nur Bären, doch ich will doch so stark aus... ... 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 Ich hab dich dreißigmal eingeladen, jetztse. Bist du bescheuert? Bist du dort gleichzeitig wenigstens Steine? Nein. Hier wird direkt daneben ein Stein abgebaut, Basti. Hast du ein Spiel? Ja. Da oben ist einer, glaube ich. Könnte der Typ mit dem Ding sein, mit dem Pfad im Bogen. Hast du ein bisschen Holz gefarmt? Ich probiere es gerade mit einer Steinachs zu machen. Steinachs. Jetzt geht der E-N schneller. Holz daut gefühlt immer noch ewig. Ah, hier möchte ich ungern nachts rumlatschen. Ich verhunger, das ist das Problem. Hab einen. Echt? Was hat er? Ja. Metallschrottstein und Metallschfragmente. Fragmente. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ich kann mein Speer nicht aufheben. Dann kauft ich mir schnell einen neuen Geld. Doch, kann ich jetzt doch. Ich höre jetzt nicht ernsthaft schon ein Helikopter, oder? Was? Das ist ein Scherz. Hier ist jemand auf dem Pferd mit Rüstung an. Ja, das ist doch der Typ. Mit einer Armbrust. Hat er dich getötet? Nö. Da greift mich gerade an. Als ob der eine Armbrust hat. Ich versuche ihn auszuweichen. Komm, alter. Da läuft einer mit einem Speer. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich glaube, ich habe er mich gesehen. Da baut gerade einer Stein ab. Bei mir. Ja, er aimt auf... Mann, wie kann der denn schon eine Armbrust haben? Oh nein. Ist er jetzt bitte nicht gestorben, oder? Ja, er aimt auf mich schon, er schießt. Ach, Mann, ey. Wie kann man denn jetzt schon alles haben? Das Game ist doch so... Na, ey. Reportet. Aber... Dick Report. Cheater. Ich weiß nicht, wie schnell der das jetzt hinbekommen hat, und der hat sie ja auch schon Rüstung und alles. Lauf weiter, mein Freund. Lauf einfach weiter. Stimmt, wir da jetzt auch wieder die ganze Straubase kaputt gemacht haben, wie so ein Lelek. Ich glaube auch, dass... Ich glaube, seine Mails sind auch mittlerweile da. Weil ich habe drei Leute gesehen, die in die Richtung... Ich habe mich auf den Ring gemeldet. Ich glaube, die wollen der Baum auch. Ich glaube, die sind zu viert da. Das Spiel ist ja alles weg. Das Spiel ist ja genau. Alles weg. Kein Bock mehr. Alles weig. Tschüss. Also wenn ich Stoff hätte, würde ich mir, dann könnte ich mir auch einen Bogen machen. Das muss ein Cheater sein, zwei Seile zu 25, die fahrt zum Metallfacken, dann brauch ich ja für eine Armbust. Niemals in dieser Zeit, niemals. Aber ist der ja durch alles durchgesprintet sein, ist er... Das geht gar nicht. Und dann auch noch Equipment voll. Ja, die Rüstung wundert mich als Armbust, das ist vielleicht machbar, wenn man richtig viel Glück hat und direkt die Kürze nimmt. Der ist ja fest. So, was mache ich jetzt? Ich bin ja... Lucky die. Da hast du ein Safe Zone. Hä? Ich bin ja jetzt ganz im Ernst, weil ich mal kurz durch die Safe Zone durchklaufe. Ich geh mal, ich geh mal in die Safe Zone. Da fährst du im Moment. Tja, außer du hängst dich am Lagerfeuer. Oh nein, da ist einer. Warte, das bist du! Ja... Moin. Ich hab mal halt Huura wieder. Gibt's denn da selbst schon was zu looten? Nö, ne? Ich hab mich nicht richtig angeschaut, wenn ich soll. Also wenn er das ganze Zeug her hat, dann muss das ja so ein Loot-Gebiet haben. Ja gut, ich hab halt nix zum... Wohin jetzt? Wollen wir nicht nochmal da hin? Nee. Erstmal uns finden, bitte, danke. Ich will irgendwo hin, wo wir am Anfang unsere Ruhe haben und erstmal unsere Base aufbauen können. Ah ja, angeblich sind hier nur 47 Leute auf dem Server. Kann doch sein. Was ist das denn, der Schrottplatz? Der Schrottplatz ist interessant, der ist riesig. Benni, komm mal zu uns, lass so viel Holz wie möglich abbauen und dann bauen wir erstmal die Base auf. Steine brauchen wir auch noch, weil die haben wir jetzt leider auch nicht mehr, die ganzen Steine. Wir hatten fast 10.000 Steine zusammen gehabt, glaube ich. Ja, würde ich jetzt noch leben und du auch. Und Benni auch, das stimmt. Hau rein. Hau rein. Also er ist ja echt ne... ne Schweine. Wir bauen einfach hier auf, wo wir jetzt sind, würde ich behaupten. Ist ja immer, ist ja immer noch ein guter Spot. Würde ich behaupten, oder? Irgendwie, sag mal. Das war sehr. Irgendjutor. BANKD"-引있er. 面�� abandon? Vielen Dank.